Jungen, Freunde und Freundinnen und herzlich willkommen zu einer kleinen Servervorstellung und zwar ist es ein Feed the Beast Light Server Und ja, wir sind hier auf dem Server von Neklaus Death Und von Linus 08, das sind momentan die Führer, die hier drauf sind Ja, das hier ist mein hübsches GS Ich sag mal Hallo, hier, ne, der Elite 52 Und dann fangen wir doch mal an und gehen zum Spawn Ja, wie man hier sehen kann, oder wie viele hier sehen Der Server ist momentan noch nicht sehr voll Da gibt es so einen Skyblock Es gibt Farmwelt, es gibt GS und hier sind die Portale BVP ist im Portal Hier geht es zur GS-Wert Zur Farmwelt Zum Event Zum Neta Und zum End Ja, da geht es zum VIP-Durchgang Hier ist gar nichts Außer die Akain Stone Blocks Da geht es in die Info rein Ja, was gibt es sonst noch zu sagen Also es ist bis jetzt ein nice Server Wie I think Ja, man kommt hier gut zurecht Plugins und Mods sind auch gut Oh, ich hab hier schon so ein bisschen vorgearbeitet Ich muss mal gucken Ja, da vorne ist auch Venus So, die wollen gerade leider nicht Telen Ja, zumindest gibt es da momentan nicht sehr viel zu sagen Jo, das war es eigentlich schon mit dem Einführungsvideo Ups Vielleicht hier erstmal Wohnung zerstören Jetzt mach ich mal eben selber auf den Teamspiel Und dann mal eben Abbrechen Abbrechen Connected Und mach mal eben So, die Channeling Stellen Zockerraum 3 Feed The Beast The Beast The Beast The Beast The Beast The Beast Channel created Channel created and FGB Ours and and Channel created and FDC Channel created FDC the Channel switched. So, da könnt ihr ein, den ausdrauben. Jo, und dann war's eigentlich schon mit der... Na ja, und damit war's auch schon mit der Folge und ich würde sagen, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.